So, fünf Meter haben wir schon mal geschafft, gar nicht so schlecht für den Anfang. Aber unser heutiges Erwärtsziel ist ein wenig höher. Wir sind ja immerhin in Westfalen, wir machen hier keine halben Sachen. Ihr bestellt euch ja auch kein halbes Kohlenaugel, sondern ein ganzes. Deswegen geht es jetzt nach oben, meine Damen und Herren. Wir sind ja immerhin in Westfalen. Wir sind ja immerhin in Westfalen. So, ladies and gentlemen, 40 Meter haben wir schon mal geschafft, aber unser heutiges Reiseziel 80 Winter über den Dächern der Stadt. So, guck und drauf. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Willkommen in der obersten Etage. Und die 80 Meter über den Dächern von Soest ist schönst in Altstadtkirchen, wie es erwähnt wird. Und jetzt, an dieser Stelle würde ich sagen, wird es an der Zeit, sich zu verabschieden. Und zwar von der schönen Aussicht. Dafür sagen wir dem Adrenalin-Hallo. Meine Damen und Herren, auf, hier, 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 hier. Junge, 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 das geilste Teil weit und rein. Ich sage, danke schön fürs Wutfahren. Das ist sicher wieder. Ich bin sehr stolz auf euch. Ihr dürft nochmal wiederkommen.